Musik 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 Ach ja... Gut, dann... Musik 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 Lalnya Musik Musik so in kürze ja 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 schon mal ein siedler an und müssen uns dann um den erst später können sie ganz bewahren hier los werden ja wenn ich wohl verlieren da unten muss ich noch bei mir ja nicht gut Oh, genau, ich habe die Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wie ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Ich habe nur eine Taktus-Sachen. So, jetzt auf die Schorn. Ich habe keine Taktus-Sachen. Nice. Mehr Stadt starten. Und... Es ist halt sinnvoll. Die Barbaren haben sich jetzt im Stadtstand eingelegt, was immer gut für mich ist. Da war es. Ja, ich auch. So. Dann... Ja, aber Gott sei Dank auch stoppstarten. Und damit haben wir den Bonus zusammen. Ja, und dann können wir uns glatt letztendlich für Luxusgut holen. Was super cooles, weil das in beiden Städten sehr viel Freude sorgt. Jetzt zieht den Siedler durch. So. Ohne Handwerk. Tada, mehr Barbaren. Wie barbarisch. Aber er konnte dann scheinen groß und frei zu sein. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Also es wäre jetzt so witzig, wenn hier noch irgendwas von den guten Sachen übrig wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja. Tja, wir könnten glauben, wir könnten noch mehr Kultur kriegen. Durchweiden. Wahrnehmlichkeiten. Paar Fischerboote. Ach. Strategischen Ressourcen. Tja. Durchlager. Ne. Also. Hm. Wird in der Jagd natürlich cool. Glaube durch Minen bei Luxusgutern und Ressourcen. Und Bonusressourcen. Kupfer müsste doch eine Bonusressource sein. Hm. Hm. Ah. Naja. Was ist bei der da gar nicht? Hm. Hm. Naja, das ist bei der da gar nicht. Fisch, mein Kupfer ist eine Bonus-Ressource, also hilft mir das doch da unten. Zwei Glauben durchminen bei Luxusgütern und Bonus-Ressourcen. Naja, dann läuft es ja so langsam. 29 Runden, ja, aber das wird sich gleich ändern. Und wir werden in ein dramatisches Zeitalter, in ein dunkles Zeitalter gehen, so ist es richtig gesagt. Ne, du bleibst da, wo du bist. Ich bin bei der Nacht da und ich will noch gucken, dass wir die Ressource kriegen und dann denke ich, es ist ein gutes Ende. 3, 1, 2, 3, 4, wir waren nicht direkt. 3, 2, 3, 3, das wäre dann da unten, das wäre gar nicht so schlecht. So. Tada, Beförderung, yay. Und du baust. Man könnte den Händler auch gleich kaufen, das ergibt natürlich durchaus Sinn. Oder hebe ich mir das Geld rüber? Ne, also war es sogar so. Wir wollen ja nicht alles unnötig kaufen. Wir behalten das Geld erst mal. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Spiels angelangt. Ich sage danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich meine eigene Zivilisation errichte. Ich wünsche euch viel Spaß bei mir und ich meine eigene Zivilisation die Zeit übersteht. Und dann bis zum nächsten Mal und bis dahin viel mehr Glück als ich mit den Barbaren wünsche. Und dann bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.